Ich weiß noch genau, wie ich früher ganz oft betete, dass mich der Herr immer an meinen richtigen Platz führt. Ich hatte zehn verschiedene Traumberufe und ich war komplett überfordert, in welche Richtung ich gehen soll. Bäuerin oder doch besser Hebamme? Vielleicht auch eher Köchin oder Krankenschwester? In den Sommerferien 2017 durfte ich dann dem Herrn ganz tief begegnen und seit diesem Moment wusste ich, wo ich hingehöre. Es war die Zeit der Sommercamps im Panoramacentrum. Da kamen nämlich jede Woche für zwei bis drei Tage richtig viele Menschen in unser Familienhilfswerk und meine Verantwortung war es, auf die Kinder aufzupassen. Das waren teilweise 20 bis 30 Kinder. Ich spürte, dass ich jetzt gebraucht werde und in meiner Verantwortung blühte ich richtig auf. Ich erlebte, wie die Menschen nach diesen drei Tagen komplett verwandelt waren und wieder Freude hatten für den Alltag zu Hause. Ich erlebte auch in diesen Camps ganz besonders diese Einheit und Schlagkraft vom Organismus. Von diesem Moment an wusste ich, dass ich so schnell als möglich hier zu Hause im Panoramacentrum als Hauswirtschaftlerin meine Ausbildung beginnen will. Ich wollte von ganzem Herzen die Mitarbeiter an der Basis unterstützen, damit sie sich nicht auch noch um die alltäglichen Dinge kümmern müssen, sondern voll Gas ihre so wichtigen Aufgaben bewältigen können. Alle anderen Berufswünsche sind dagegen auf einen Schlag verblasst. Im August 2018 begann dann meine Ausbildung und ich kann ihr nach vier Jahren mit voller Überzeugung sagen, ich habe keine einzige Sekunde bereut. Jesus hat mich an mein perfektes Plätzchen hingestellt, genau da, wo unbewusst mein Herz schlug. Er kennt mich um meine tiefsten Wünsche besser als ich. Ich hatte mit Daniela eine perfekte Vorgesetzte, die mich in der Ausbildung begleitete und sehr, sehr förderte. Schon bald bekam ich viele Verantwortungen und durfte zu Beginn mit meiner Schwester so zusammen richtig Leben und Ordnung bis ins Kleinste in den großen Haushalt und in die Großküche bringen. Sogar Bereiche, die über die Jahre hinweg immer schwierig zu verwalten waren, kamen mehr und mehr in die Ruhe, da wir uns den Anliegen genauer annehmen konnten. Zum Beispiel unser großer Gefrierraum. Mit der Zeit durfte ich selber den Haushalt und die Großküche führen, was nebenbei gesagt Riesenspaß macht. Zusätzlich hat mir der Herr alles geschenkt, was ich mir früher immer gewünscht habe. Mein Wunsch, einmal Hebamme zu sein, hat mir der Herr auf eine Weise erfüllt, wie ich mir das niemals hätte ausdenken können. Ich darf jetzt schon seit längerer Zeit als kleiner Nebenberuf eine freiberufliche Hebamme als Helferin bei ihren Hausgeburten begleiten. Auch mein kleiner Herzenswunsch, einmal einen kleinen Bauernhof zu haben, wurde mir erfüllt. Wir starteten wieder mit unserem großen, wunderschönen Garten und glücklichen Hühner kamen auch noch dazu. Zusätzlich durfte ich neue Sachen erlernen und mache nun bei Gelegenheit selber Joghurt, Quark, Brot und frischen Käse. Das macht mir so Spaß. Das war für mich einfach eine wunderschöne Erfahrung zu sehen, wenn ich mit dem Frieden Gottes, der allen Verstand übersteigt, einfach mitgehe und mich leiten lasse von ihm. Dann gibt er mir zusätzlich noch alles, was ich mir im tiefsten Herzen gewünscht habe. Ich könnte noch viel, viel mehr erzählen von meiner Ausbildungszeit. Zum Beispiel, dass für mich diese vier Jahre eine Lebensschule sondergleichen waren. Ich durfte solch einen großen Schatz empfangen. So viele liebevolle, vorbildliche und überaus fähige Mitarbeiter haben mich in dieser Zeit mit viel Herz und Liebe unterwiesen und mir das göttliche Leben in der Praxis nahegebracht. Was für ein Geschenk. Ich bin einfach nur dankbar für diese Zeit. Vielleicht stehst du gerade an einer Stelle, wo du nicht mehr weißt, wie es weitergehen soll oder wofür du dich entscheiden sollst. Mein Bericht soll dich einfach ermutigen, den göttlichen Duft zu folgen, denn wir können seinen Duft erkennen und mit ihm mitgehen. Und eines kann ich dir mit großer Sicherheit sagen. Es gibt immer ein Weg, der aufgeht. Es gibt in jeder Thematik diesen vorherbereiteten, funktionellen Weg. Denn alles, was von ihm kommt, geht immer auf. Das war ein Zitat aus der letzten internen Schulungsbotschaft, Ablenkung als Waffe. Ich grüße dich ganz herzlich, deine Boasa. Ablenkung als Waffe. Ablenkung, zcio once. Ablenkung und zu deutschen уверen. Amdm престling. Ablenkung. Ablenkung. communities. Mit kiddingvi. Ai excuse 7 alten.